Wenn Sie OneDrive auch lokal auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie mithilfe der Funktion Sequenzielle Synchronisation einstellen, welche Ihrer Dateien und Ordner auch lokal auf Ihren Rechner synchronisiert werden und demnach Speicherplatz verbrauchen. Wie Sie diese Funktion im Nachhinein anpassen, möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video zeigen. Klicken Sie dazu als erstes unten rechts in Ihrer Taskliste auf das OneDrive-Icon. Wählen Sie dann im sich öffnenden Fenster das Zahnrad-Symbol oben rechts für die Einstellungen aus. Jetzt können Sie im Bereich Konto und unter dem Befehl Ordner wählen, die Ordner und Dateien auswählen, die Sie auch lokal auf Ihren Rechner synchronisieren möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit OK und schließen Sie auch das Fenster für die OneDrive-Einstellungen wieder mit einem Klick auf OK. Und jetzt können Sie die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit aufbauen, die Sie auch haben, die Sie auch noch nicht mehr sehen. Und dann können Sie auch das Fenster für die Umgebung für die Einstellungen wieder mit einem Klick aufbauen. Vielen Dank.